20 Jahre Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan gehen zu Ende. Eine Gelegenheit zurückzublicken, Bilanz zu ziehen, vielleicht auch einen Blick nach vorne zu werfen. Kaum einer denkt noch an die Twin Towers, wie sie zusammenbrachen, nachdem zwei Flugzeuge dort hineingeflogen sind, an all das Leid, das Elend in New York damals. Das war der Anlass für uns, an der Seite unserer Verbündeten der Vereinigten Staaten von Amerika in diesen Einsatz am Hindukusch zu gehen und dafür zu sorgen, dass ein Nest von Terrorismus bekämpft wird, das für mehr Frieden, Sicherheit, auch Zivilisation in dieser Ecke der Erde gekämpft wird, gesorgt wird, dass wir politische Vorkehrungen treffen, aber natürlich auch einen militärischen Einsatz dafür leisten, dass dieses Land nicht weiter im Mittelalter verweilt, sondern auch in der Neuzeit ankommt. Da ist viel erreicht worden, im Land selber, in Afghanistan, einer Demokratie, in der Region der Erde gar nicht selbstverständlich, dass vor allen Dingen Frauen und Mädchen wieder mehr Rechte haben, ausgebildet werden, zur Schule gehen, Universitäten, besuchen, auch politische Verantwortung wahrnehmen, Abgeordnete sind, Bürgermeisterinnen sind. Da ist wirklich viel erreicht worden, was nicht selbstverständlich war. Unter vielen Opfern. Wir beklagen Soldaten, die gefallen sind. Wir beklagen viele, die auch psychisch verletzt sind. Das ist eine schwierige Bilanz auch. Das ist eine harte Bilanz auch. Eine Bilanz, wo wir auch traurig zurückblicken, wo wir vor allen Dingen einen nüchternen Blick auch werfen müssen, auf das, was wir erreicht haben. Auch sehen müssen, was wir nicht erreicht haben. Deswegen glaube ich, brauchen wir eine ehrliche Bilanz. Das Land ist in der Neuzeit angekommen. Natürlich, es gibt Gegner. Es gibt die Taliban. Es sind zum Glück nicht mehr die Taliban von damals. Aber es gibt eine Chance, dass dieses Land in der Zivilisation bleibt, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in einem Mindestniveau erhalten bleiben. Deswegen bleiben wir in Afghanistan engagiert mit der Unterstützung der Regierung, mit Entwicklungshilfe, mit dem Angebot zur wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen Zusammenarbeit auch in Zukunft. Und wir bleiben dankbar allen Soldaten, die dort gedient haben, die dort für uns im wahrsten Sinne des Wortes ihren Kopf hingehalten haben, die es ermöglicht haben, dass wir diese Form von Terrorismus bekämpfen. Und wir haben gezeigt in dieser Zeit, dass wir ein verlässlicher Bündnispartner an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika waren und sind. Keine schlechte Bilanz. Ein Deutschland, das gezeigt hat, dass es Verantwortung wahrnehmen kann. Und das sollten wir auch in Zukunft machen. Ein Angebot der Konrad-Adenauer-Stiftung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017